Hast Du Dich schon mal gefragt, warum es manchmal scheint, als wären nur bestimmte Menschen dazu bestimmt, gewisse Botschaften zu empfangen? Vielleicht bist Du gerade einer von ihnen. Wenn Du diese Worte hörst, ist es kein Zufall, dass sie Dich erreicht haben. Joe Dispenza, ein renommierter Autor und Neurowissenschaftler und Experte für das menschliche Bewusstsein, glaubt, dass das Universum bestimmte Wege geht, um Menschen mit Botschaften zu verbinden, die sie brauchen, um ihr Leben zu verändern. In diesem Moment könnte genau das bei Dir passieren. Wenn Du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Warum gerade Du diese Nachricht erhältst Joe Dispenza lehrt, dass das, was Du in Deinem Leben anziehst, oft mit Deinem Bewusstsein und Deinen Gedanken zu tun hat. Dein Unterbewusstsein arbeitet unermüdlich im Hintergrund und zieht das an, worauf Du fokussiert bist. Wenn Du in einer Phase Deines Lebens bist, in der Du nach Veränderung oder tieferem Verständnis suchst, ist es kein Zufall, dass Du auf eine Nachricht wie diese stößt. Deine Energie, Dein Mindset und Deine inneren Überzeugungen haben Dich genau hierher geführt. Nichts geschieht zufällig. Du siehst diese Nachricht, weil Du bereit bist, Dein Bewusstsein zu erweitern und den nächsten Schritt in Deinem persönlichen Wachstum zu gehen. Deine Gedanken formen Deine Realität und jetzt ist der Moment gekommen, um Dir dessen bewusst zu werden. Nummer 2. Deine Gedanken formen Deine Zukunft Joe Dispenza spricht oft darüber, wie mächtig unsere Gedanken sind. Die meisten Menschen verbringen ihre Zeit damit, unbewusst alte Gedankenmuster zu wiederholen und zu realisieren, dass diese Muster ihre Zukunft bestimmen. Wenn Du also ständig an die Vergangenheit denkst oder an das, was nicht funktioniert hat, wird Deine Zukunft genau diese Negativität widerspiegeln. Du hast die Fähigkeit, Deine Zukunft zu formen, indem Du heute bewusst neue Gedanken wählst. Indem Du alte Muster loslässt und Deine Aufmerksamkeit auf das richtest, was Du wirklich möchtest, kannst Du Dein Leben radikal verändern. Alles beginnt in Deinem Kopf. Nummer 3. Die Macht des gegenwärtigen Moments Einer der zentralen Punkte von Dispenza's Lehren ist, dass der gegenwärtige Moment der Schlüssel zur Veränderung ist. Viele Menschen leben entweder in der Vergangenheit oder sorgen sich über die Zukunft, was sie dann daran hindert, das volle Potenzial des Jetzt zu nutzen. Doch genau hier, in diesem Moment, hast Du die Möglichkeit, Deine Gedanken neu auszurichten und Dein Leben zu verändern. Wenn Du im Jetzt lebst und Deine Gedanken bewusst steuerst, öffnest Du die Tür zu unendlichen Möglichkeiten. Lasse die Vergangenheit hinter Dir und vertraue darauf, dass Du im jetzigen Moment die Kontrolle über Deine Zukunft übernehmen kannst. Nummer 4. Wie Dein Körper Deine Gedanken widerspiegelt Laut Joe Dispenza speichern unsere Körper die Erinnerungen und Emotionen unserer Gedanken. Wenn Du also ständig negative oder ängstliche Gedanken hast, wird Dein Körper anfangen, diese Emotionen als Realität zu speichern. Das führt oft zu Stress, Angst oder sogar Krankheit. Dein Körper reagiert auf Deine Gedanken, also achte darauf, was Du denkst. Wenn Du Deinen Geist bewusst auf positive Gedanken und Möglichkeiten ausrichtest, wird Dein Körper Folgen und Gesundheit, Energie und Wohlbefinden widerspiegeln. Nummer 5. Deine Zukunft visualisieren Eine von Joe Dispenzas bekanntesten Methoden ist die Visualisierung. Er glaubt, dass Du Deine Zukunft bewusst erschaffen kannst, indem Du Dir das Leben, das Du Dir wünschst, lebhaft vorstellst. Dein Gehirn kann nicht zwischen einer realen und einer vorgestellten Erfahrung unterscheiden, was bedeutet, dass es auf Deine Visualisierungen genauso reagiert, als wären sie real. Nutze diese Macht der Visualisierung, um Deine Zukunft zu gestalten. Stelle Dir detailliert vor, wie Dein Leben aussehen soll, und Dein Gehirn wird beginnen, Wege zu finden, um diese Vision in die Realität umzusetzen. Nummer 6. Die Kraft der Meditation Joe Dispenza ist auch ein starker Verfechter der Meditation. Er erklärt, dass Meditation Dir hilft, Dein Bewusstsein von der äußeren Welt zurückzuziehen und Dich auf Dein Inneres Selbst zu konzentrieren. In dieser Stille hast Du die Möglichkeit, Deine Gedanken neu zu programmieren und alte, destruktive Muster zu durchbrechen. Meditation ist nicht nur ein Weg zur Entspannung, sondern ein Werkzeug, um Dein Gehirn neu zu formen und Dein Leben zu transformieren. Wenn Du regelmäßig meditierst, wirst Du merken, dass Du ruhiger, fokussierter und empfänglicher für positive Veränderungen wirst. Nummer 7. Die Rolle der Herzkohärenz Ein faszinierender Aspekt von Dispenzas Arbeit ist die Herzkohärenz. Diese Theorie besagt, dass, wenn Dein Geist und Dein Herz im Einklang sind, Du auf einer höheren energetischen Ebene operierst. Wenn Du Liebe, Dankbarkeit und Mitgefühl fühlst, erzeugt Dein Herz eine kohärente Schwingung, die Dein gesamtes Energiefeld stärkt und Dich offener für positive Veränderungen macht. Übe Dankbarkeit und Liebe bewusst in Deinem Alltag. Je mehr Du diese positiven Emotionen kultivierst, desto mehr wirst Du bemerken, dass sich auch die äußeren Umstände in Deinem Leben verändern. Nummer 8. Wie Du Dich von negativen Glaubenssätzen löst Dispenza erklärt, dass viele Menschen von negativen Glaubenssätzen gefangen sind, die sie daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten. Diese Glaubenssätze entstehen oft in der Kindheit oder durch wiederholte negative Erfahrungen. Doch das Gute ist, dass Du diese Überzeugungen ändern kannst. Identifiziere die negativen Überzeugungen, die Dich zurückhalten und ersetze sie durch positive, stärkende Gedanken. Indem Du bewusst an Deinen Glaubenssätzen arbeitest, kannst Du alte Blockaden lösen und neue Möglichkeiten in Deinem Leben schaffen. Nummer 9. Die Bedeutung von Geduld Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Joe Dispenza betont, dass Geduld und Vertrauen in den Prozess essentiell sind. Viele Menschen geben auf, weil sie nicht sofort Resultate sehen, doch wahre Transformation braucht Zeit und Ausdauer. Habe also Geduld mit Dir selbst und dem Prozess der Veränderung. Vertraue darauf, dass jede kleine Handlung, jeder Gedanke und jede Entscheidung Dich Deinem gewünschten Leben näher bringt. Gib nicht auf, auch wenn es Zeit braucht. Nummer 10. Werde zum Schöpfer Deines eigenen Lebens Am Ende laufen all diese Lehren auf einen entscheidenden Punkt hinaus. Du hast die Macht, Dein eigenes Leben zu gestalten, egal wo Du gerade stehst oder was in der Vergangenheit passiert ist. Du kannst Deine Gedanken und Dein Bewusstsein nutzen, um eine neue Realität zu schaffen. Übernimm die Verantwortung für Dein Leben und erkenne, dass Du der Schöpfer Deines Schicksals bist. Jede Entscheidung, jeder Gedanke und jede Handlung formen Deine Zukunft. Nutze diese Macht weise und bewusst. Unser heutiges Fazit Das ist kein Zufall. Dass Du diese Nachricht heute erhalten hast, ist kein Zufall. Du bist bereit, Dein Bewusstsein zu erweitern und die Verantwortung für Dein Leben zu übernehmen. Nutze die Lehren von Joe Dispenza, um Deine Gedanken und Emotionen zu transformieren und Dein volles Potenzial zu entfalten. Was wirst Du überhaupt heute anders machen? Teile Deine Gedanken in den Kommentaren und lass uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir unsere Realität neu erschaffen können. Vielen Dank und bis bald!